Und was macht Wladimir Putin? Der demonstrative Schulterschluss wird zumindest weiter groß inszeniert, denn es ist der zweite Tag des Besuchs des russischen Präsidenten bei seinem chinesischen Amtskollegen Xi. Im nordchinesischen Harbin besuchten beide eine russisch-chinesische Messe und die Polytechnische Universität. Die US-Regierung kritisiert unterdessen die Unterstützung der Volksrepublik für Russland. Dadurch würde Peking den Ukraine-Krieg und damit die größte Bedrohung für die europäische Sicherheit weiter anheizen. Und so geschaut ist mir nun Felix Li, Journalist und China-Experte. Guten Tag, Herr Li. Hallo. Wie schätzen Sie denn diesen Besuch ein? Wem nützt er tatsächlich mehr? Das Ganze wird ja groß zelebriert im russischen und im chinesischen Fernsehen. Ja, also der Nutzen, der geht sowohl, also oder Nutzen tut es vor allem China, aber auch Russland natürlich. Sie zeigen, wie eng verbündet die sind und nicht nur jetzt zweckmäßig, sondern es zeigen, was sie symbolisieren wollen, ist es, dass es eine lang andauernde Freundschaft ist. Genau. Und das wird dann entsprechend zelebriert und auch mit entsprechenden Abkommen untermauert. Also es sind so viele Abkommen abgeschlossen worden, sowohl auf militärisch, nicht auf wirtschaftlicher Ebene, wie nie zuvor. Also auch damit will China und wollen Russland zeigen, wie eng sie miteinander verbunden sind. Es zeigt aber auch, wie abhängig Vladimir Putin von Staatspräsident Xi ist, oder? Ja, natürlich. Das ist deswegen ja auch das, warum China eigentlich der große Profiteur von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ist. Also wenn man sich zurückschaut, am Anfang war ja China gar nicht so begeistert. Russland war eigentlich immer ein Rivale aus chinesischer Sicht. Die neue Säulenstraßen, die ging durch die Ukraine und nicht durch Russland. Aber nachdem dann Russland mal die Ukraine angegriffen hatte, dann hat sich China kurz zurückgehalten, dann die Lage neu bewertet. Und jetzt sieht man halt, wie man da zu, wie man da Profit draus schlagen kann. Und eins davon ist natürlich, dass man Russland quasi sich zu einem Juniorpartner, dass Russland abhängig geworden ist von China. Das ist eine gewisse späte Genugtuung. Aber nicht nur. China sieht da natürlich auch die Gelegenheit, dem Westen damit eins auszuwischen. Und entsprechend genau deswegen zelebriert Xi Jinping das mit zusammen mit Putin. Was heißt das aber auch für den Taiwan-Konflikt? Könnte sich Xi durch die Aktionen Russlands in der Ukraine dazu auch in der Verfassung sehen, dass man Taiwan angreifen würde? Oder ist das eher nur so ein Ort, wo man Militärübungen durchführt, weil man es sich dann doch nicht mit den USA verscherzen will? Naja, also eins zu eins vergleichbar ist Taiwan mit der Ukraine nicht. Weil da gibt es auch nochmal ganz andere Interessen. Da geht China auch anders strategisch an. China hat nicht wirklich das Interesse, Taiwan militärisch anzugreifen, weil China weiß, der Verlust, der wäre auf allen Seiten enorm. Taiwan ist einer der größten Investoren in China. Zugleich befindet sich auf Taiwan, ist Taiwan einer der wichtigsten Standorte der Hochleistungsschips, von denen letztendlich auch China abhängig ist. China nutzt diese ganzen Drohgebärden, auch die militärische Aufrüstung und so weiter, alles als eine Option, als eine Drohung quasi, in der Hoffnung, dass Taiwan klein beigibt, ohne dass es zu einem Militärschlag kommt. Also das ist die Strategie, die China verfolgt. Nichtsdestotrotz muss man natürlich die Worte von Xi Jinping ernst nehmen, der gesagt hatte, in seinen Lebzeiten soll Taiwan einverleibt werden. Wie gesagt, es muss nicht der Militärschlag sein und ist auch nicht erstmal nicht so vorgesehen. Man versucht da eben auf anderen Wegen, nämlich Taiwan unter Druck zu setzen, auch zu umarmen, Lücken zu füllen, die Grenzen zu verschieben. Also die Gesellschaft von Taiwan zu destabilisieren, das sind eher die Taktiken, die Xi Jinping anwendet. Sagt der China-Experte und Journalist Felix Lee. Herr Lee, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und wenn ihr auf der Suche seid, dann könnt ihr euch auf der Suche seid.